hallo und herzlich willkommen zurück hier bei mir auf dem kanal mit einem weiteren guide zu pacific drive heute soll es um den thermo saftkristall gehen den braucht ihr um zb so wie ich hier gepanzerte türen oder auch eine gepanzerte haube bauen zu können tatsächlich brauchen wir sehr viele für einen abgegradeten motor ich kann euch das ganze hier auch noch mal an der werkbank zeigen hier da seht ihr wir haben aktuell quasi keine deswegen ich muss auch mal wieder auf die suche gehen und wo ihr die finden könnt das will ich euch in diesem video zeigen wie immer wenn euch das video gefällt lasst gerne like da aber für den kanal und wir legen direkt los eine der ersten möglichkeiten im spiel die thermo saftkristalle zu finden sind tatsächlich die touristen ihr kennt sie die unheimlichen crash dummies die überall rumstehen und diese können wir mit brennenden fackeln bewerfen generell eine gute taktik die loszuwerden und wenn ihr glück habt droppt einer dieser dummies hier einen der gesuchten kristalle die zweite möglichkeit sind die verlassenen squires denn die sind oft mit gepanzerten teilen bestückt ob das jetzt hier die haube oder eine tür ist ganz egal ihr könnt diese natürlich entfernen aber ihr könnt sie auch verschrotten und das gibt euch die möglichkeit auf einen job der thermo saftkristalle sieht hier ein den hang runter rollen möglichkeit eins und zwei sind noch nicht besonders ergiebig interessant wird es dann ab der mittleren zone denn hier können wir diese wunderschönen roten blöcke finden harz kompressoren und ihr seht wenn ihr die mit dem hammer zerstört dann haben wir hier doch deutlich mehr ausbeute und die kommen meistens auch in pärchen oder sogar in drillingen hier sogar zwei drei blöcke zu finden an einer stelle also hier wird es dann langsam interessant im farmen von den thermo saftkristallen wie immer ich hoffe das video hat euch geholfen wenn ja lasst gern like da abo für den kanal und dann sehen wir uns hier ganz bald im nächsten guide bis dahin und tschüss